Hallo liebe Fans, das ist der Dario Truttmann. Ich begrüsse euch im Sommertraining der ZSC Lions und ich stelle euch heute den typischen Donnerstag vor. Ich begrüße euch im Sommertraining der ZSC Lions Liebe Fans, ihr habt gesehen, wir hatten einen sehr intensiven Morgen. Mit einem wichtigen Abschluss konnten wir das Uni-Hockeyspiel für uns entscheiden. Jetzt schauen wir auf den Nachmittag weiter und eine Oberkörper-Session am Nachmittag. Die letzte Saison hat bei uns sicher einen bitteren Angeschmack hinterlassen. Darum sind wir extrem hungrig. Wir trainieren den Sommer sehr hart, aber auch smart. Mehr ist nicht immer besser und wir sind voll ready für die nächste Saison. Wir hatten gerade ein superes Mittag in der Gärtnerei in Oerlika. Wie ihr gesehen habt, haben wir eine gute Mischung von Gemüse und Kohlenhydraten, damit wir auch für die Einheit am Nachmittag wieder gute Energie nachgeladen haben. Wie haben wir Fans? Wie haben wir Fans? Wie haben wir gesehen? Wir haben noch eine gute Einheit der Oberkörperkräftigung gehabt, damit wir im Winter ein bisschen Wasser verdrängen haben. Ich bedanke mich vielmals noch für die letzte Saison, für eure Unterstützung. Und ich kann es kaum erwarten, im September wieder im Hallestadion zu spielen. Wir sind Zürich! 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 Zürich!